Herzlich willkommen bei Kurs of You Gaming. Wir haben jetzt ein weiteres Schmankerl von der Gamescom für euch, nämlich den Gamescom Kongress zusammen mit den Peter von PietSmith und Philipp Baloulis und die liefern sich einen kleinen Schlagabtausch. Dort geht es dann unter anderem mit Vertretern der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten um das Thema. Hat Gaming eigentlich im Fernsehen noch eine Chance oder ist es einfach vertane Mühe? Viel Spaß dabei und schaut auch mal zu unseren anderen Videos der Gamescom. Ich habe gedacht, das ist für das Thema heute mal was, was ich mitbringen könnte. Wenn Sie sich jetzt fragen, was hat er sich denn gekauft, was ihm wirklich was bedeutet, was er nicht mitbringt. Ich habe mir für Portal 2 so ein Companion-Cube-Kissen gekauft. Mit dem Herz drauf, das kann ich niemandem zeigen. So, dürfte ich die Damen und Herren auf die Bühne bitten. Petra Müller, Herrn Baloulis, Herrn Moll, Herrn Monod und Peter Smith. Bitteschön, Applaus gesendet. Ja, so ungefähr wie es da steht. Ich stehe. Habe ich gerade festgestellt? Kann ich mir von alten, nehme einfach mein Stürchen von da vorne rein. So. Vielleicht während sich die Gesellschaften setzen direkt die erste Frage an Herrn Baloulis. 34 Jahre alt und schon für das ARD-Hauptprogramm gearbeitet. Ist das nicht viel zu jung? Ja, das ist richtig. Ich bin sogar ein Tick älter als Florian Silbereisen, aber mental wahrscheinlich jünger, deswegen hat das nicht funktioniert. Ja. Ja, das Hauptprogramm ist natürlich ein Feld, wo man jetzt nicht den jungen Menschen unbedingt um 20.15 Uhr die junge Unterhaltung anbieten möchte. Ja, ich höre den Unterton raus, weil du natürlich auch ein Medienmacher bist, der jung ist, der gucken muss, dass so junge Themen, digitale Themen, das alles da so ein bisschen einzufällt. Wie hast du das wahrgenommen bei den Öffentlich-Rechtlichen, was da so, nennen wir es das Engagement anbelangt? Da könnten wir jetzt den ganzen Tag überreden, warum junge Inhalte in der ARD es ein bisschen schwieriger haben, aber um vielleicht auch eine kleine Lanze für die ARD zu brechen. Es gibt ja junge Inhalte, es gibt kleine Gaming-Formate, aber es ist halt so, jeder der neun öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten kocht halt das eigene junge Süppchen auf Sparflamme vor sich hin. Und dann geht das natürlich nicht so in die Öffentlichkeit, weil ich meine, früher war es so, da gab es vielleicht 40 Programmplätze und wenn man da mal eine Idee hatte, dann sind die Leute auch dran hängen geblieben. Aber jetzt kann man ja unendlich viel sehen, man kann sich in Amerika oder sonst wo informieren und dagegen anzustinken, müsste die ARD wahrscheinlich ein bisschen mal zusammenarbeiten. Und, oder um das anders zu beschreiben, unterhalb dieser Anstalten, es ist nämlich ein bisschen immer, also Game of Thrones ist ein Kindergarten dagegen, ja. Um in der Gaming-Welt zu bleiben, ich glaube, die ARD-Welt hat die komplexeste Gaming-Struktur, die man sich vorstellen kann, mit Personen, Charakteren, deren Intention man nicht einschätzen kann. Und der Endgegner Bürokratie kommt schon im ersten Level. Ja. So viele Bossgegner würde man sich mit einem Triple-A-Titel einfach mal wünschen, aber gut. Antoine sitzt neben dir, wir hatten vorhin, bevor es losging, auch mal kurz gesprochen, und da ging es um YouTube und um Twitch zum Beispiel auch, jetzt in dem Fall, die ja auch so Games und sowas streamen. Und, wenn wir, bevor wir uns jetzt an diesem Moloch waren, der da gerade mal kurz beschrieben worden ist, sollte es vielleicht einfach da bleiben, weil das die neue wachsende Struktur ist, die im Kommen ist, und das reicht? Also, erst mal Servus, ja. Was sollte da wo bleiben? Bei YouTube und bei Twitch, also ob es bei den Kanälen bleiben soll, weil die sich jetzt sowieso entwickelt haben und die im Kommen sind. Also, für dich als jungen Medienmacher mit Bart. Für mich als junger Medienmacher, hier, das, der gefällt mir, so, da kann ich einsteigen. Also, ich muss vielleicht doch ausholen, ja, also ich habe vorhin gerade nochmal nachgezählt, ich mache jetzt diesen Beruf seit, also ich bin Schauspieler und ich mache das seit 22 Jahren, so. Also, ich zähle mich zu der, ich zähle mich zu den Dinosauriern, nicht dieser Branche, aber in Bochkommel, doch, ich komme aus der alten Welt, sozusagen, ja. Und gleichzeitig, als ich in den 90ern aufgewachsen bin und das Licht der Welt erblickte für mich, was um die Haustüre herum war, habe ich das Privatfernsehen damals entdeckt, was in Kinderschuhen stattfand und was plötzlich da war und plötzlich eine völlig neue Welt war, nachdem man irgendwie mit ARD und ZDF und einem Dritten aufgewachsen ist, ja. Und cool kam es Nachtgedanken am Mitternacht und dann war Sendepause, ja. Und plötzlich passierte da was und Hugo Egon Balder hüpfte über den Schirm und viele andere Menschen. Und das, was jetzt gerade auf YouTube passiert, kommt mir so ähnlich vor. Es kommt mir so vor, als ob wir plötzlich eine Goldgräberstimmung haben und wir dürfen jetzt, deswegen habe ich gesagt, ich komme eigentlich aus der alten Welt, ja, wir dürfen folgenden Fehler nicht machen. Ich kann es jetzt nur von uns Schauspielern sagen, dass wir davor sitzen und sagen, ich habe da mal, hast du gehört, dieses YouTube, da gibt es diese YouTuber und die machen so Sachen. Ich habe mir das angeschaut, aber witzig fand ich das nicht, wie fandst du denn das? Also, dass wir uns plötzlich so davon distanzieren, dass wir so tun, als wäre das eine fremde Welt, dass wir so tun, als hätte das nichts mit uns zu tun und schon gar nicht, dass wir es verstehen. Ich glaube, was da gerade passiert, ja, und das schließe ich jetzt auch die ganze digitale Welt jetzt einfach mit ein, ist etwas unfassbar Aufregendes und ist etwas unfassbar Geiles, ja, und ich habe sofort letztes Jahr angefangen, einen YouTube-Channel aufzumachen. Es ist furchtbar, ich habe mit null Abonnenten angefangen, ich bin jetzt bei 5.000, ja, also ich bin ein Baby. Aber es macht Spaß, dort etwas auszuprobieren und sich dort nach vorne zu tasten und ob YouTube, und ich glaube, jetzt schließe ich den Bogen zu deiner Eingangssfrage, ob YouTube jetzt das neue Medium sein wird und ob wir in 20 Jahren immer noch von YouTube reden oder ob aus YouTube etwas Neues erwächst oder ob es, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir müssen uns anstrengen, auf dieser Plattform dabei zu sein und da gucken, was jetzt da passiert und da mitmachen und nicht nur drüber reden von außen. Das war mit der Kollegen, gerne. Hast du das Gefühl, dass viele deiner Schauspielkollegen das ebenfalls so versuchen wie du und ebenfalls Kanäle auf YouTube erstellen und da quasi ein zweites Stadtbein aufbauen oder da die Zukunft sehen? Überhaupt gar nicht. Was auch daran liegt, dass wir total Schiss davor haben, weil wir gar nicht wissen, was wir da machen sollen. Wir schauen uns das an und uns, also ich merke es ja selber, ich bin wieder mit neuen Filmen im Hintertreffen, die ich wieder hochladen muss, plötzlich mein ganzes Berufsbild verändert sich ja. Also, weißt du, ich bin Schauspieler. Wie viel Zeit verbrauchst du dann dafür? Wie bitte? Du musst das ja alles irgendwie administrieren. Wie viel Zeit verbrauchst du dann dafür? Unendlich viel Zeit. Also, ich werde normalerweise zu einem Casting eingeladen und ich bekomme die Rolle oder bekomme sie nicht und wenn ich sie bekomme, dann habe ich Text zu lernen, dann gehe ich da hin, dann gibt es einen Kameran, dann gibt es einen Regisseur und die sagen mir im Zweifel, was zu tun und was zu lassen ist. Und plötzlich sitze ich da und ich muss eine eigene Idee haben, ich muss sie selber skripten, ich muss mich selber dabei filmen, ich muss es selber schneiden, ich muss es nachvertonen, ich muss Musik, ich muss es hochladen, die Scheiße und ich muss es veröffentlichen und dann gibt es auf den Kommentaren, die sagen, sag mal, ist das nur Mono auf dem Kanal? Und ich sage, fuck, wovon redet ihr? Dann muss ich mich irgendwie in meinem Kanal zurechtfinden, mit einer Adobe Premiere, dass ich mir dann gucken, wo ist jetzt Stereo und so. Also, das ist der Wahnsinn und das braucht unendlich viel Zeit und deswegen gerade auch gerade ein Zieler treffen, weil das ist ja mein Hobby, damit verdiene ich ja kein Geld im Moment. Und Sophie, ich sage sie morgen auch nicht, aber ich finde, wir müssen da was machen. Okay, aber man muss sagen, Peter Smitz hat schon sehr wohlwollend genickt, als du gesagt hast, dass du 5000 Deutschen zusammengekratzt hast mittlerweile. Oh, das war unterbrust. Aber, ja. Immerhin. Hatten wir auch mal. Ja. Ein Ziel. Vielen Dank. Ich gehe mal weiter zu Stefan Moll, Sie sind seit des Programmbereichs Internet vom GDR. Jetzt ist die ganze Veranstaltung unter diesem Game Over, Let's Play, natürlich schon so ein bisschen gerichtet gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Ich frage mal ganz offen, wie weit sind denn die Öffentlich-Rechtlichen beim Thema Games? In der Berichterstattung über Games und zum Beispiel über die Gamescom würde ich mal sagen, lassen wir uns inzwischen nichts mehr zu Schulden kommen. Ich würde sagen, das war mal anders. Das ist aber auch ein gesellschaftliches Phänomen, was eben schon ein paar Mal beschrieben wurde. Wenn es aber darum geht, was können wir denn selber anbieten, dann muss ich sagen, ist es so, dass wir in der ARD überhaupt keine Spiele anbieten. Dass wir da völlig ablosen, wie man so sagt. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund, wir dürfen es nämlich nicht. Weil halt genau zeitgleich zur Eröffnung der Gamescom in Köln 2009 der Rundfunkstaatsvertrag in Kraft getreten ist, in dem es eine Passage gibt, die explizit sagt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Spiele ohne Sendungsbezug verboten. Sendungsbezug heißt, es muss ein sehr direkter Sendungsbezug sein. Also selbst bei so etwas Unschuldigem wie der Sendung mit der Maus, dürfen wir nur dann ein Spiel ins Internet stellen, wenn wir dieses Spiel einmal abfilmen. Das kann sich jeder so vorstellen, das ist nicht so, also da ist Let's Play, glaube ich, geradezu atemberaubend schnell gegen, im Vergleich zu jemandem, der mit einem Schlitten den Berg runterfährt und versucht, den Tannen auszuweichen. Aber das muss man halt abfilmen, damit man es überhaupt einmal für ein Jahr im Internetangebot stehen lassen darf. Das sind die Voraussetzungen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, in allen Ländern dieser Republik. Und das habe ich gelernt eben, wir sind ja in der Mitte der Gesellschaft, es gibt ganz viele Serious Games, die auch irgendwie Erziehung und dergleichen lernen, helfen, dürfen wir alles nicht. Und das ist, glaube ich, die Antwort, die ich da geben kann. Wir lusen da ab, weil die Politik will, dass wir da ablusen. Und weil der Staatsvertrag so ist, wie er es. Punkt. Petra Müller-Nichtschel die ganze Zeit von der Film- und Medienstiftung NRW, 2011 nach NRW gekommen und sofort die neuen Medien ins Boot geholt. Darf sich Herr Molder jetzt darauf ausruhen, dass da diese Blockade ist? Also sagen Sie auch, man kann sich in der Richtung gar nicht bewegen. Ja, ich bin erst mal sehr dankbar, dass er den Punkt aufbringt, weil es tatsächlich so ist, ob das öffentlich-rechtliche geschlafen hat oder aufgewacht hat, ist eine Regelung oder Regulierung der Politik gewesen. Ich glaube, es war der zwölfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Es gibt eine Negativliste, da steht drin, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf oder nicht. Es steht drin, Games nicht und alles nur mit Ländungsbezug. Wir haben aber jetzt gerade eine Beschlusslage für die Öffentlich-Rechtlichen, dass es aus dem Wissen und Erfahrung, dass Mediennutzung der unter 50-Jährigen sich radikal verändert hat, andere Angebote braucht. Das heißt jetzt Jugendkanal, aber ich hoffe, dass es auch für erwachsene Menschen interessant wird. Und da muss ganz klar gelten, es muss online sein, es muss mit allen interaktiven Formen arbeiten, sonst verliere ich die Leute wieder, weil die Rezeptionsformen sich ja vollständig verändert haben. Und wenn ich das richtig sehe, bietet das öffentlich-rechtliche Rundfunk, über diese Regeln und die Negativliste nochmal zu verhandeln. Noch sieht sie sehr ähnlich aus, aber im Konzept steht drin, und ich habe es mir rausgeholt, steht, Spiele- und Softwareangebote müssen, ungeachtet des Vorliegens spezieller Angebot oder Sendung, Teil des Jugendangebotes sein. Das ist wieder genau so ein Satz, den man dreimal hat. Ja, es muss eine Veränderung geben, das wird vielleicht auch in Richtung Mediatheken gehen, weil sonst brauche ich gar nicht, glaube ich, das Jugendangebot zu nennen, weil sie werden es so nicht nutzen. Unsere Arbeit, muss man mal sagen, als wir 2011 angefangen haben damit, auch sehr stark gespitzt vom Land, haben wir mal so etwas gesagt, für uns gibt es irgendwie ein audiovisuelles Kontinuum, da hat Film, Fernsehen, Games, Webmuster den Platz haben. Und wir fangen im Rahmen unserer Möglichkeiten an, hier Förderprogramme zu entwickeln, Vernetzungsangebote, wir haben den Webvideopreis gefördert, der ja schön netterweise dann jetzt auch übertragen worden ist. Also ich glaube, die Konvergenz ist nur einmal unter der Regulierungsebene auf einem sehr guten Weg. Vielleicht haben Sie beide gleichzeitig nochmal, an wem hängt es dann? Weil Sie sind ja jetzt auch schon eine ältere Generation, die verstanden hat, könnte ein Thema sein. Welche Schaltstellen gibt es da, die sagen müssten, weil jetzt wurde immer gesagt, das ist eine politische Entscheidung, aber welche Schaltstellen müssten dann sagen, wir müssen uns darauf einlassen, und das muss da auch Platz finden im Rundfunkänderungsstaatsvertrag zum Beispiel. Wen muss man da schreiben? Naja, ich meine, dazu gehört ja eine Vorstellung von dem Markt. Diesen Staatsvertrag hat es ja gegeben, weil das öffentlich-rechtliche ja ein enormer Marktfaktor ist, mit sehr viel Geld, um dafür zu sorgen, dass private Anbieter, Produzenten, Verlage usw. nicht verdrängt werden. Das kommt aber noch aus einer alten Denke, als man begrenzte Sendeplätze hätte. Für mich ist das Internet ein unendlicher Raum, und dem gewinnt derjenige, der gut ist und seine Zielgruppe gut bedient und erreicht und mit ihr in einer Verbindung ist. Und also, finde ich, müsste man nochmal darüber nachdenken, ob auch für den Rundfunk gelten, wo öffentlich-rechtlicher Rundfunk gelten muss. Es ist mir vollkommen egal, wie ein öffentlich-rechtlicher Inhalt seinen Rezipienten oder seinen Nutzer erreicht. Auf allen Ebenen. Also diese alte Online-First-Ide, die die BBC mal hatte. Und ich glaube aber, dass die Politik dabei ist, darüber nachzudenken, die Ministerpräsidenten denken darüber nach, die Rundfunkkommissionen denken darüber nach, dass wenn wir öffentlich-rechtliche Inhalte haben wollen, die wichtig sind für unsere Demokratie, für unsere Werthaltung usw., dann müssen wir so denken und dann muss man die Politik, die Rundfunkpolitiker etc., die muss man, wie ja jetzt auch eher Medienpolitiker heißen, mit denen muss man sprechen, aber die haben das auch nichts verstanden. Es ist nur ein weiter Weg und man muss sicher auch, sagen wir mal, die Marktbedingungen und die Konkurrenzstellungen da im Auber haben. Es hat viel damit zu tun. Ich habe noch eine kleine konkrete Idee. Es ist im Moment das sogenannte WDR-Gesetz, also so unsere vertragliche Grundlage im Review. Da gibt es also eine neue Version bald von. Und das wird halt jetzt gerade in den entsprechenden Foren im Landtag darüber diskutiert. Was man aber feststellen kann, in diesem WDR-Gesetz wird unser Aufsichtsrat, der Rundfunkrat, festgelegt und der soll alle gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentieren. Das sind 51 Mitglieder, die dieses Gremium hat. Da ist kein Game of Buy. Und der Landtag hat es in der Hand festzusetzen, aus welchen gesellschaftlichen Gruppen der Rundfunkrat zusammengesetzt wird. Wenn das ernst ist, dass Spiele und Spielevermittlung und solche Dinge in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, Zahlen sprechen ja eigentlich dafür, finde ich, ist das ja auch mal so eine Fragestellung. An der Zusammenstellung muss man da vielleicht auch an der Zusammenstellung, muss man da noch mal so drüber gucken, welche gesellschaftlichen Gruppen, welche Medienschaffenden sind eigentlich in so einem Rundfunkrat. Das trifft ja nicht mal auf den WDR zu. Wenn es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dann muss es auch Folgen haben. Und das adressiert, glaube ich, ganz klar jeweils die Landesregierung. Vielleicht noch mal eine Frage an Peter, weil vorhin zum Einstieg, bevor wir über die ganzen Möglichkeiten geredet haben und Blockaden, die sozusagen vertraglich gegeben sind, da wurde gesagt, dass wir uns berichterstattungsmäßig mittlerweile Mühe geben und dass wir da genug machen. Empfindest du Gameskultur in den Öffentlich-Rechtlichen genug abgedeckt? Ist die da präsent? Tja, da müsste ich jetzt Profi sein im Öffentlich-Rechtlichen gucken. Das bin ich nicht. Deswegen kann ich die Frage nicht besonders gut beantworten. Ja, was hast du denn so gehört von Freunden und alten Menschen, die dich umgeben? Tja, ehrlich gesagt ist da Gaming kein großes Thema. Aber wir wissen jetzt auch ungefähr, woran es liegt. Ich hatte da noch eine Nachfrage, ehrlich gesagt, mit der Klausel, dass Games halt nur Thema sein können, wenn das halt sendungsbezogen ist. Was wäre denn, wenn man eine reine Gaming-Sendung gemacht hätte? Und hätte man dann Games zeigen können, weil man sagen könnte, okay, ist Gaming-bezogen? Okay, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Gut, das wollte ich nur verständnishalber wissen. Aber wir haben natürlich auch einen ganz großen Vorteil. Wir müssen in keinen Gremien sitzen und überlegen, welche Zielgruppe wir wie bedienen müssen. Auf YouTube sind eigentlich alle so angefangen, dass man erstmal gemacht hat, worauf man selber Lust hat und dann ist, witzigerweise sind die Leute dann von selber gekommen. Und dieser Weg ist natürlich Luxus. Und andersrum stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Vor allen Dingen, wie gerade auch schon richtig gesagt wurde, dass in Gremien häufig Leute sitzen, die versuchen Zielgruppen zu erreichen, dessen Teil sie überhaupt nicht sind. Logischerweise, jemand, der mit Games nichts zu tun hat und 65 ist, ohne jetzt irgendjemanden angreifen zu wollen, hat große Schwierigkeiten zu verstehen, was junge Menschen gerne erleben. Weil auch die Sprache, weil um die Sprache junge Leute sprechen, ist halt eine völlig andere, als wir sie im gepflegten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den meisten Fällen nutzen. Wenn man sich zum Beispiel so mal das eine oder andere Video bei Pete Smiths Videokanal anschaut, da wecke ich, da ist aber keines dabei, wo es nicht sofort nur Programmbeschwerte, allein wegen der deutlichen Wortwahl, wenn mal etwas nicht ganz so gut klappt, wie man sich das wünscht. Also, ich will das jetzt hier nicht zitieren, aber das ist schon ganz interessant. Stimmt's? Ja, absolut, absolut. Also, man kann es auch so sagen, da fehlt dem Fernsehen einfach die Identifikationsfiguren, die sich so unterhalten, wie die Leute das in Wahrheit halt machen. Alles ist durchgeskriptet, alles relativ fernab der eigentlichen Realität. Weil es ist ja nicht so, als wenn wir uns groß verstellen würden. Wenn junge Leute, das ist beim Fußball ja ähnlich, oder Videospiele zusammen oder gegeneinander spielen, vor allen Dingen gegeneinander, dann kochen die Emotionen logischerweise hoch. Und dann gibt es halt Ausrufe, die es halt so gibt. Und da gibt es halt logischerweise dann niemanden, ich habe Gott sei Dank keinen Chef, der dann sagen kann, nee, das können wir aber nicht senden, sondern wir können es halt einfach machen. Aber wie ist es denn, würdest du dann sagen, okay, die Identifikationsfiguren, auch ihr seid älter geworden jetzt mit dem, was ihr gemacht habt. Die Identifikationsfiguren können wir jetzt langsam exportieren oder importieren, je nachdem, von welcher Seite du guckst. So wie LeFloid jetzt hier, 1080 Nerdscope oder so. Also ist das der Weg oder ist das jetzt so ein, ja, muss eigentlich nicht sein. Also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Ansichten, je nachdem, welchen YouTuber man fragt. Aber wir versuchen jetzt nie irgendwie die Zielgruppe, die wir jetzt haben, krampfhaft zu behalten. Wir denken eher, okay, die Leute, die uns jetzt schauen, die werden auch mit uns älter. Und mit unserem Älterwerden werden wir unsere Inhalte logischerweise verändern ein wenig. Und wir hoffen einfach, dass die dabei bleiben. Aber wenn man jetzt beim Älterwerden weiter versucht, gerade von mir aus die 14-Jährigen zu erreichen, dann haben wir nämlich irgendwann genau das Problem, dass wir nämlich als alte Leute da sitzen und denken, hm, was machen die jungen Leute von heute denn? Und das funktioniert nicht. Ja, ich fand das spannend, vorhin, ich weiß gar nicht, von einem von Ihnen beiden kam das mit dem Jugendkanal, der hoffentlich auch für die Alten, ne? Also, wer guckt das dann? Weil im Grunde, das machen jetzt Leute für, aus einer Sicht einer Generation, die zum Beispiel auch schon älter ist, so wie meine Generation, die als Gamer aufgewachsen ist und die dann einen Kanal macht, wieder für junge Leute, den man, und man hat als erwachsener Gamer, die es ja auch gibt, überhaupt nichts, was man gucken kann, oder? Also, wo soll ich hingehen? Helft mir. Ja, also ich glaube, was halt doch dann sehr wichtig ist, wenn ein öffentlich-rechtlicher Jugendkanal kommen wird, was auch immer, da kann ich jetzt nicht groß für sprechen, aber, dass man die Öffentlich-Rechtlichen generell einfach nicht auf die Idee kommen sollte, YouTube zu kopieren und zu denken, ha, nur weil jetzt ein Video plötzlich Jumpcuts drin hat, werden das auch die jungen Menschen mögen, sondern das wird dann leicht recht aufgesetzt und macht so diese Gedanke, wenn eine wirkt wie die 40-Jährige, die denkt, ha, jetzt will ich mal wieder jung sein und ziehen mir meine Hotpads ein und gehe in die Jugenddisco und dann wird das unglaublich peinlich, sehr schnell. Also da muss man sich dann wahrscheinlich schon bewusst sein, wer man ist, woher man kommt und was man eigentlich transportieren möchte und jetzt nicht einfach verzweifelt irgendwelchen schon funktionierenden Konzepten hinterherrennen und da dann eben einfach einen Moderator vor eine Pappad setzen und hoffen, ja, das sieht relativ klapplich aus, das wird ihnen dann schon gefallen, das könnte ja wie YouTube wirken. Also ich glaube, da ist dann noch eine große Aufgabe für die Öffentlich-Rechtlichen, wirklich auch sich selber zu finden und wie sie das dann, die Werte, die sie haben, also den journalistischen Anspruch und die Qualität und auch meinetwegen die gesellschaftlichen Gedanken dahinter, wie sie das gut transportieren könnten, ohne peinlich zu wirken. Also, Entschuldigung. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass wir auch viele erwachsene Zuschauer haben, also man kann auch immer gerne zu uns kommen, man ist da herzlich willkommen. Ich durfte gestern auch einen 46-Jährigen im Anzug, der hier eigentlich arbeitet, durfte ich auch in der Autobahn gehen und hat gesagt, ich finde das super, was ihr macht. Also von daher, es ist es nur für die Jungen. Entschuldigung. Also, es gibt zwei Punkte, die ich gerade noch ganz wichtig finde. Und zwar, der erste Punkt ist, also ich kam damit überhaupt erst in Berührung, weil ich ziemlich genau vor einem Jahr auf Promotour war für den Hacker-Film Who Am I? Da war ich auch hier an der Gamescom, durfte den Film vorstellen. Und dann sagte man, weil der Film bei dem Film war ProSieben Co-Produzent und Studio 71, das Network, wiederum Gronkh hat und Gronkh und ich im Internet oft miteinander verwechselt wurde, oder im Grund, was wir tun jetzt und so. Dieses Wörter Anfang geht nur noch mit Who Am I zu Let's Play Together zu Gronkh und Sarah Sieg in die Sendung. Und dann habe ich gesagt, zu wem? Und dann wurde mir das erklärt, dann ist er hingegangen und das hat total Spaß gemacht. Und gut, das Verrückte ist, die Menschen, die mich nachher darauf angesprochen haben, sind oder waren keine pittigen Teenager, wie wir uns das vorstellen, sondern die meisten Menschen haben mich an Flughäfen angesprochen. Das waren irgendwelche Businessleute. Ich habe sie gesehen bei LPT Live und so, das war super. Und da hat für mich so ein Umdenken stattgefunden. Ich dachte, aha, weil wir stellen uns das ja immer vor, dass die das sind, die irgendwie YouTube gucken. Und das stimmt überhaupt nicht. Also das war für mich so ein Erdeckungsmoment. Und das Zweite, worüber wir hier gerade gesprochen haben, ist, ich stand dann vor der Frage, ja genau, was mache ich jetzt? Fange ich das jetzt an zu kopieren? Oder mache ich jetzt auch irgendwie Beauty-Tipps oder so, ja? Ja, warum nicht? Können richtig. Irgendwo ist es gerade zu sein. Das sind richtig gute. Also auch das wäre alles möglich, wenn es meins wäre. Es ist nicht meins, ich habe festgestellt, ich muss das machen, was meins ist. Und habe dann zum Beispiel, okay, wir hatten eine affige Fahrszene gedreht, wo wir im Auto sitzen und fahren und hinten haben Leute das Auto gewackelt bei einem Film und jemand ist mit so einer Lampungsauto vorbeigerannt, damit es aussieht, als ob man fährt. Und es sah tatsächlich so aus, ob man fährt. Und ich meine, es war ein Tatort, ja? Also wir haben jetzt nicht irgendeine Hochschulart, ja? Sondern es war ein Tatort. Und es sah halt aus einfach wie Kindergarten. Also im Film nicht, aber die Machart. Und das war so lustig. Und das habe ich dann gefehlt, das habe ich dann geschnitten, hochgeladen und habe gemerkt, das sind meine Inhalte. Ich habe dann auch ein Let's Play gemacht, weil ich mir dachte, Let's Play ist gerade super an, weil ich ein Let's Play mit einem Flipper. Ja, so. Hat man mir dann gesagt, Antoine, du hast nicht kommentiert, war kein Let's Play, war ein Walkthrough. Also okay, wir können über alles reden, Freunde, ja? Aber einfach, also man muss es halt machen und man muss machen, was seins ist. Kurzes Abschlussstatement, weil wir jetzt tatsächlich auch eng sind, Frau Müller. Ganz schnell, ich möchte gerne auf den Fall Nullis nochmal eingehen. Was ich hier sehen kann, in Köln aber auch in Berlin, wenn ZDF Neo an Start gegangen ist oder wenn jetzt auch der Jugend kann, hat er aber auch unbedingt einen neuen Namen, da hilft ja mal nichts, Jugend ist immer, wie heißt das nochmal, das Schlimme an der Jugend ist, dass man nicht mal dabei ist. Alle jungen Produzenten, die wir hier sehen und die auch zur Förderung kommen mit Primaten, sind auch die, die jetzt beim Westdeutschen Rundfunk, bei ZDF Neo weiter eingeladen werden, um neue Formatideen zu entwickeln. Und das sind immer welche, die Crossmedial oder Transmedial denken, die einen Inhalt in eine kleine Serie ins Netz mit einem Game entwickeln, etc. Das ist noch nicht sozusagen das Zentrum des Programms. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Florian Hager losgeht und den Jugendkanal macht, wird der komplett mit jungen Leuten arbeiten müssen, weil der genau das verstanden hat, dass man nicht anfangen kann, mit 50 mal, ey Mann, ich mach mal, dies und jenes zu tun. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich sehe es auch hier bei der Entwicklung der jungen Produzenten und Entwickler, dass das eine bestimmte Generation ist, die sehr kraftvoll zur Tat geht. Und wenn sie die Möglichkeit bekommt, in dem Zusammenhang zu arbeiten, das auch tun kann, tun wird. Ach, das ist ja schön, ihr Wort in Gottes Ohr, in ARD Gottes Ohr, dass das funktioniert. Und ja, das ist auch etwas, finde ich, was generell, also was vielleicht die Menschen im öffentlichen Fernsehen eben weiter wieder sich bewusst machen sollen, dass es tatsächlich um den Inhalt geht. Also es geht darum, was machen wir und wie transportieren wir das? Und nicht die alten Zwänge, das muss jetzt 30 Minuten sein, und den bügelnden Hausfrauen von 49 bis 70 gefallen, sondern, und deswegen auch nicht diese Arroganz gegenüber YouTuber zu haben, dass man sagt, das ist ja Kindergarten, was ihr macht, sondern es ist einfach sozusagen darum geht, dass jetzt eigentlich alles wieder auf Null gestellt ist, es sind alle mit ihrem Content da und jeder konkurriert um jeden und da muss man sich dann eben überlegen, wie man am schlauesten vorangeht. Und andererseits finde ich auch immer noch interessant, dann zu sehen, wie viel Faszination doch wieder das Fernsehen auf YouTuber ausübt, ich will jetzt nicht alle, man kann nicht YouTuber gleich bestellen, aber da gibt es dann auch wieder welche, wie Minister Tutorial, Sammy Salami da, wenn der dann plötzlich bei Viva, was ja wirklich der telemediale Arsch der Welt ist, auftaucht, dann sind plötzlich all seine Fans da, oh, du bist beim Fernsehen und twittern das und machen Fotos von ihm, wie er im Fernsehen ist, das finde ich dann auch interessant, ja. So, wir haben jetzt, das muss leider, muss ich die Runde schließen, wir könnten jetzt, glaube ich, wirklich anfangen zu diskutieren, alle sind warm, und haben alles angerissen, was es so gäbe. Vielen, vielen Dank an die Runde, Applaus bitte, mal einmal für die Kipps, weil es geht jetzt im 11.40 weiter im Programm in den sechs möglichen Räumen, wie es eine Etage höher gibt und ihr habt noch genau 30 Sekunden Zeit. Vielen Dank, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.